Der Erste Weltkrieg, neue Waffensysteme und der kompromisslose Siegeswille der Militärstrategen entfalten eine Vernichtungskraft ungeahnten Ausmaßes. Als Sinnbild für den Ersten Weltkrieg steht der Schützengraben. Um den Feind am Vormarsch zu hindern, gräbt man sich ein und schießt den Angreifer aus der vermeintlich sicheren Deckung ab. Daraus entstand ein zermürbender Stellungskrieg, eine Materialschlacht, die Leid über Abermillionen von Menschen brachte.